Wir sind hier zu einer. Die Mädchen, die Safa. Sie sehen, wie das eigentlich schwierig bei uns ist. Das ist nur Knochen und Haut. Ich bin stolz auf Uras Bünde. Wir haben viele Menschen hier getroffen. Die ist 14 Jahre alt. Ich kann nicht glauben, dass sie 14 Jahre alt ist. Das bringt mich. Ich bin ein starker Mann, aber ich muss weinen. Das ist die Safa so ist wegen diesem Krieg. Ich bin stolz auf euch, auf mein Team und ich muss sie eigentlich nochmals, wenn ich das heute noch schaffen kann, bis zum Arzt, zum Doktor. Die muss zum Doktor, ja. Und ich kann auch Doktor, ja, vielleicht hier kann sie helfen. Sofak. Sofak, wie gut ist das? Wie gut ist das? Wie gut ist das? Okay, gut. Vielen Dank. Das war Alice, ja. Ja, ich bin froh. Ja, ich bin froh. Det ist nur noch nie. Ich bin froh. Keine Piloten Untertitelung des ZDF, 2020